Scheiße. Ah, ich bin eingeschlafen! Nein! Hilfe! Ja. Erschieß ihn! Erschieß ihn! Jetzt gehen wir mal zu den anderen, jetzt gucken wir mal was da hinten so läuft. Wir haben übrigens einen Petri in der Base. Was? Echt? Oh Gott. Wo? Ach, ja, wie soll ich dir das beschreiben? Zwischen den Bäumen. Ja, da wo du ihn nicht sehen kannst. Wenn du ihn sehen kannst, ist es zu spät. Ja. Ich bin mittlerweile mit 43. Kann ich bei dir schon das Bett hinstellen? Ari, hast du schon Fleisch? Was? Ja. Kannst du mir Fleisch geben? Warte, das Trodon ist zum Essen da. Ach so, nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Im Raptor. Das ist ein Trodon da hinten, was da läuft, oder? Oh. Hi. Ja. Ja, ist es. Das ist ein Trodon. Ich hab dir ins Haus gekackt. Ja. Hatten wir das ja jetzt mal schon probieren müssen oder nicht? Ich glaube, bei den Trodons geht das tatsächlich nicht. Ich tue euch nochmal Fleisch in den Raptor an. Weil dann würde ich dir das Bett einfach jetzt geben. Selber hin. Ari, kannst du mir auch noch Köder geben? Ja. Hast du ein paar, dass ich auch mal was schießen kann? Ja. Sicher ist es. Das geht nicht. Das geht nicht. Nee, nee. Das geht nicht. Wenn, dann müssen wir versuchen, mehr heranzulaufen. Da hab ich den geworfen. Danke sehr. Leute, habt ihr alle Pfeile hier? Ja, ja. Hinter uns ist übrigens ein... Ach so. Lasst uns mal bitte die Ankylos töten, die, also von denen, ne, auf die die Raptoren einbeißen. Okay. Bist du verrückt denn? Dann legen die Raptoren auf uns. Ja. Aber... Die Raptoren können uns töten, ne, wollte ich nochmal so erwähnt haben. Ja, ich weiß. Die können nur die wilden Tiere nicht töten. Also entweder wir zähmen die Raptoren oder wir töten sie damit, was anderes spawnt. Ich will nämlich möglichst schnell an so Rex-Trophäen dran. Okay. Aber wie kriegen wir den? Ich schieß dem mal ein Dings hin, ne? Weben. Das heißt, ähm... Der bleibt aber nur drei Minuten liegen. Das heißt, wir müssen halt gucken, dass der Ankylo möglichst schnell stirbt. Aber dann geht der doch auf uns direkt danach, der Raptor. Der Ankylo geht auf uns. Der Ankylo aus möglichst großer Distanz töten. Ja. Oder nicht? Ja. Und ihr müsst aufpassen, der Indoor-Raptor hat ein riesiger Attack-Range, ne? Ja, wir sehen ja, wann der Ankylo blüht. Ich kann übrigens die Pfeile nicht mehr aufheben, wenn ich die einmal verschossen habe. Warte, Ritzi, wenn ihr noch weiter Richtung, äh, wenn ihr noch Richtung Wasser weiter geht, da ist ein, äh, Tötungstaming-Gehege. Mhm. Also wenn wir ihn bis dahin gelockt kriegen. Ich hab bisher die nie so weit locken können. Wow. Irgendwie. Äh. 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 Ist er aggro? Ne, gerade nicht so richtig. Gehen, geh hin, geh hin, Leute. Gerade nicht so richtig, das ist gut. Aber er ist gerade ein bisschen auch unberechenbar so. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Was macht er? Warum läuft er einfach weg? Er ist dumm. Das ist eines der intelligentesten Raubtiere überhaupt. Vielleicht ist es doch kein so cleveres Karrechen, man weiß es nicht. Ach, Simon, was hast du denn da? Er kommt auf mich zu, oder? Doch nicht. Ne, doch, doch, guck mal. Ne, ich glaub der, der ist ein bisschen verwackt, der kann nicht rennen oder so. Ne, guck mal, der kommt auf jeden Fall auf mich zu. Ja, dann komm, 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 mitspieler, komm mit. Ja, ich komm ja, ich komm ja. Da, auf dieser Landzunge, warte mal, der hat die Akku verloren. Geht er wieder weg, er geht weg, er geht weg. Geht mal alle weg, vielleicht beruhigt er. Okay, dann halt nicht. Jetzt kommt er wieder. Jetzt hat er dich, glaub ich. Okay. Ja, man sollte vielleicht noch dazu sagen, die Viecher sind echt noch ein bisschen buggy. Jetzt hat er Rätsel, glaub ich. Aber die sind halt auch sehr neu, ne? Also die sind halt relativ frisch in dem Mod drin. Denn das ist ja der neue Indoor-Raptor aus dem neuen Jurassic World-Film schon. Die ist immer am Bait hin und geh weg. Da liegt doch schon ein Bait. Achso, nimmt er nicht? Ne, das nimmt er nicht. Jetzt hat er dich. Warte mal, wenn ich einfach ranlaufe. Hallo. Ha! Was hast du denn gedacht, was passiert? Ich dachte, vielleicht schüttelt er mir die Hand. Wir haben doch eine Verbindung. Oh Gott. Ich brauch selber mal was zu essen, ey. Ich sterbe hier gerade. Ich glaub, es kann einfach sein, dass dieser Raptor auch schon einen Kampf machen muss, oder nicht? Weil der so groß ist. Das kann sein, ja. Das kann echt sein. Ohne Scheiß, der ist größer als wir. Ja, genau. Stimmt. Ne, dann muss man gegen den kämpfen. Ja, wir haben ja noch keine Trophy. Genau, wir haben keine Trophy Station, deswegen können wir das noch nicht machen. Wir haben auch keine Trophy für die Trophy Station. Wir können die Trophy Station bauen, aber die Trophys fehlen dann. Genau, die Trophys haben wir noch nicht. Wir müssen einfach mal versuchen, je innerhalb der Base möglichst viel zu töten und darauf hoffen, dass ein Rack spawnt. Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Wie das aussieht. Pass auf, geh bloß nicht zu nah ran, ey. Ah! Ah! Geh bloß, geh bloß nicht zu nah ran. Man sollte sie alle töten. Oh Gott! Siehst du eigentlich auch drauf? Ne, ich guck mir das an. Ich bin voll fasziniert davon gerade. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Warum hat der mich eigentlich auf den Kieger? Immer wenn du näher dran bist als ich. Weil ich so lecker aussehe. Weil ich diesen tollen Helm trage. Diesen tollen Jurassic Park Helm. Das heißt, ich bin Parkpersonal, das heißt, ich bin Freiwild. So, ich laufe jetzt mal zur Base zurück. Ich will mir mal angucken, was hier so, wie es hier so aussieht. Was hier so passiert nebenbei. Was hier so passiert, ja. Gar nichts eigentlich. Ich hab durch das Töten von dem, 20 Level bekommen. Wow! Dann müssen wir wohl mal ein paar Indoor-Raptoren töten. Da sind noch zwei auf einer Schildkritte. Ich hab auch 16 bekommen. Ich hab Shared XP glaube ich gerade gekriegt. War nicht nah genug. Alter Schwere. Ich war auch zu weit weg. So, ich Mini-Damage-Skill? Ne, das lohnt sich nicht. Wir haben nachher eh Schusswaffen. So, auf welche Level seid ihr? Ich bin 67. Oh, ich hab die Gyrosphäre grad freigeschaltet. Gyrospferde, Gyrospferde. Ich bin 34. Ich bin 34. Level 44 jetzt. Okay, ich glaub. Ich bin süße 27. Sehr gut. Ich muss mal schnell noch ein bisschen Ressourcen mir besorgen. Ich hab sogar noch einen XP-Boost. Von irgendwas. Ist alles in den Kisten. Ja, sehr gut. Perfekt. Machen wir mal schnell 100 Pfeile. Wir haben irgendein Kano-artiges Raubtier noch bei uns in der Base. Echt? In der Base? Im Park. Im Park. Also, so wie ich es gerade mache, ist das Töten echt entspannt. Ich schieß einfach auf irgendeinen Raptor, der gerade auf eine Schildkröte einbeißt. Und ja, solange ich nicht die Schildkröte treffe. Wo bist denn du gerade? An welchem Ufer? Wieder gegenüber von der Base. So ein Stück weiter rechts von da, wo ich den letzten getötet hab. Ah, ich seh dich glaub rumlaufen. Der nächste ist übrigens... Oh, der läuft jetzt weg. Oh, und das Kano-Vieh ist akkuröffentlicht. Alter, das macht Torpausch an. Und zwar nicht wenig. Ach, das... Sind die jetzt nicht mehr schwarz, ja? War das ja ein Werte? Das ist rot. Achtung, hier kommt's. Bei mir ist es schwarz. Irgendwie. Bei mir ist es rot. Ja, da stimmt irgendwas nicht mit der Textur. Das war irgendwie komisch. Auch wieder so ein Problem von dem Mod leider. Hallo, kannst du mich jetzt bitte... Ja, dann... Ah, okay. Das ist immer dann, wenn es im Schatten ist. Ja. Oh Gott, scheiße. Ah, ich bin eingeschlafen! Nein! Hilfe! Erschieß ihn! Erschieß ihn! Oh nein. Ach, Rukops heißt die Dinger. Stimmt, die Rukopsen waren das. Level 85. Der Indoor-Rapt, auf den ich vorhin geschossen hab, der ist übrigens fast tot. Mhm. Ja, ich komme zu dir, dass ich wenigstens noch die Shared XP abstaube. Naja, momentan kämpfe ich noch gegen dieses Rukopsen. Den Rukopsen. Ja, lenke ihn mal ab, genau. Dann versuche ich mein Zeug wieder zu holen. Ja, das solltest du schon hinkriegen. Achtung, Nami. Ja, ich sehe ihn. Soll ich ihn mit drauf schießen? Ne. Also, äh... Ich versuche ihn hinter uns in das Tame-Gege zu locken, wobei ich echt Merke, dass ich das woanders hin stellen muss. Ich kann da gar nichts hinlocken, weil es hier zu weit weg ist. Ich hab ja nur Unterhosen an. Warum? Willst du den dann töten oder was willst du mit ihm machen? Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Was, was, was? Petri. Nein, ich werde nicht dort. Der übrigens ist quasi gar kein Enttäglicher. Hilf mir. Der Hu-Bops, ja, der ist auch nicht so... Hilfe, ich sitze auch auf dem Bratt. Du wirst doch... Ich seh das grad, ja. Das ist nicht so schlimm. Aber es ist lustig, es sieht lustig aus, wie Ari versucht vor dem Terranodorn wegzurennen auf dem Raptor. Da läuft übrigens ein Patchy hinter dir. Ja, genau, den könnt ihr mal abpfeifen. Ah! Einer hat mich gecrappt, ja. Den könnt ihr mal... Obwohl, ich glaub, er... Der Petri hat grad leichte Wegfindungsprobleme, glaub ich. Das ist okay. Ich lauf mal lieber weg. Oh nein. Ah nein, scheiße. Weg, 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 weg. Ich will weg, ich will weg. Er hat mich gecrappt. Lass mich im Wasser runter. Nein! Ah, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lebe noch. Es ist da oben. Ich glaub, das bringt nichts von hier unten auf ihn zu schießen. Gott. Wo ist Shadow jetzt? Da, wo die XP ist. Wo ist denn die XP? Im Zehngehege, oder? Nee, nee. Richtung Zehngehege. Ich lockert den nächsten Raptor. Haben wir zufällig ganz viel Hide übrig? Äh, ich hab einiges. Ja, hast du so. Ah, ich seh dich dahin. Kann ich grad nicht nachgucken. Ah, du solltest... Ari, du solltest vielleicht auch mal mit den Dinos hierher kommen, weil das könnte ganz gut XP für die sein. Ja. Was ich hier mach. Das wär keine schlechte Idee. Ich helf mal mit. Du willst nur den Kill abschrauben, willst du? Ja, klar! Warte mal, bis die Tiere da sind. Stopp mal. Einen Fall hat der. Ja, ja, ja. Wo seid ihr denn? Am Strand links. Wenn ihr auf der linken Seite am Strand langlauft. Warte, jetzt kann ich noch nachgucken. Ich habe 288 Hide. Ist gut, dann können wir nämlich für den Parry gleich noch einen Sattel machen. Ja, ich hoffe, dieser Indoor-Raptor wird beim nächsten Update von dem Mod mal ein bisschen gefixt, dass er nicht mehr ganz so problematisch ist. Oh, scheiße. Seid ihr links hier? Ich bin noch nicht. Bist du? Bist du auch links? Ah, rechts, ganz, ganz weit rechts von dir. Ich seh dich gar nicht. Wo ist Ari? Hier da beim Zähmgehege. Nicht auf dieser Landzunge. Hier. Ah, ich seh dich hier. Oh ja, ich seh euch. So, jetzt müsste nah genug sein eigentlich. Ja. Stopp! Ja, ich habe ihn getötet. Ich habe einen Indoor-Raptor getötet. Boah, das gab 19 Level. Bei mir gab es 13. Nicht schlecht. Also bei mir nur noch eins. Ja, ne? Was war denn das? Ich glaube, wir sollten uns auch mal ein paar Expeer holen. Oh, wir haben einen Pachy. Ja. Ein Jurassic Park Pachy. Warte, eigentlich auch schon jemand. Warte mal, äh, Hide, Pachy. Ja. Ist ein bisschen mehr geworden. Stimmt, warte mal, ich möchte auch noch ein bisschen was haben. Kannst du ein bisschen was reinlegen, nur? Ein bisschen. Danke sehr, ich nehme mir die Hälfte davon. Sehr gut. Es ist ein Diplo bei uns gespawnt. Ein Diplo? Mhm. Aha. So, ich mache mal einen Sattel für den Pachy. Mhm. Jetzt wird es leider wieder ein bisschen dunkel. Ich gehe jetzt mal zur Base so ein bisschen und baue mal ein bisschen, wenn es dunkel ist. Wenn ich eh nichts sehen kann. Nichts. Hält ja die Vorräte. Ist das denn gut oder schlecht? Vorräte? Oh, Vorräte sind gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Vorräte sind echt gut, ja. Ich brauche nicht farmen gehen. Das ist so schön. Also der Raptor hat jetzt 2000 Leben. Ähm, 180 Millidamage und 1500 Stamina. Alles klar. Überleg, ob ich noch mehr auf Damage gehe oder erstmal auf... Oh nein! Oh scheiße. Was ist los? Ich habe Trodons gefunden. Oh, Trodons. Unsere lieben kleinen Freunde. Ich sehe nichts mehr. Ich brauche glaube ich eine Fackel oder so. Wo ist denn hier die Tür? Guck mal, ich habe eine Wunderkerze. Hallo? Ich mache jetzt mal die Pimp My Home Strukturen schauen. Ich habe hier eine Döcke. Wow. Kann ich auch. Pimp My Home Strukturen. Äh, kann sich unser Raptor mit einem Trodon anlegen? Building Parts, Pimp My Home Workbench, Building Parts, genau. Ich glaube, ich habe es abgehängt. Oh. So, dann können wir nämlich schon mal ein bisschen... Ich muss sich vor allem einfach vorheilen. Habt ihr jetzt hier schon so eine Treppe, dass man hier hoch kann? Genau. Perfekt. Oho. Nicht nur das. Ja, es stimmt, hier ist noch was, aber es ist leider ein bisschen dunkel. Ich muss mal irgendwie eine Fackel machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Soll ich noch mehr Holz holen? Oh. 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 Also wenn ihr was braucht, ne, sagt Bescheid. Oh, sehr schön. Wir haben hier schon einen Raum. Kann ich ja hier schon mal die Trophy Station reinstellen, oder? Und die Pimp My Home, genau. Die baue ich jetzt hier auch schon mal auf. Hm. Es gibt noch einen zweiten Stock später. Achtung, wer auch immer da neben mir steht. Achso, okay. Jetzt hast du das hierhin gebaut. Alles klar, warte. Dann mache ich das hierhin. Kann ich das hier schon mal alles abladen? Hier, jetzt haben wir hier einen Megalosaurus, der mit Hello Kitty, auf dem Pissen liegen. Habt ihr eigentlich an der Spawnrate von den, ähm, Rare Sightings was verendet? Ist die nicht mehr so oft zu tun? Nee, eigentlich nicht. Weil ich noch keins gesehen habe. Ja, macht mir gerade auch ein bisschen Sorgen. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass das in den nächsten paar Minuten dann mal eine kommt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss Lone Star eine einfach mal triggern. Dann werde ich ihm mal Bescheid sagen gleich. Wir haben jetzt eine Stunde, ja stimmt, es ist noch keiner aufgetaucht. Wir haben aber auch noch kein Funkgerät gemacht, ne? Stimmt auch, ja. Wir müssen uns mal Funkgeräte machen. Wir müssen uns mal Funkgeräte machen. Funkgerät wird das ja auch nicht. Haben wir den anderen nicht gesagt? Sie sollten sich möglichst schnell ein Funkgerät... Ja, haben wir gemacht, wir haben es natürlich selber vergessen. Aber es ist so viel Chaos und da, 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 da müssen wir das in der Kamera vergessen. Ja gut, unten sind ja... Wie viel kostet so ein Funkgerät? Nicht viel, das kostet ein bisschen Kristall auf jeden Fall. Das hat uns ja der Ankylo schon geschenkt. Genau, der Ankylo. Und zur Not, ich weiß, wo wir hier Kristall herkriegen würden. Wir brauchen mehr Forges, Leute. Kommunikation, genau, Funkgerät. Metallbaren brauchen wir. Aber ich rede da dafür. Wir brauchen mehr Metall und mehr Kristall, definitiv. Haben wir zufällig ein bisschen Heid übrig? Und Zündpulver brauchen wir auch. Zündpulver brauchen wir. Äh, Quatsch, ich halte Fiber. Fiber, Entschuldigung. Hat die Heid in der Kiste? So, Nami, ich glaube Ari hat noch ein bisschen Heid, oder? Oder hast du alles schon aufgebraucht? Äh, ich hab noch ein bisschen. Ja. In welcher Kiste ist es Fiber? In der linken. Wir brauchen mehr mit Tacho. Sehr gut. Wir brauchen mehr mit Tacho. Ritzi, soll ich die Sachen dann direkt oben hinpacken jetzt? Ähm, ja, du kannst es oben direkt schon reinbauen. Also das untere ist schon fertig. Ich baue noch einen zweiten Stock quasi oben drauf. Also wenn du da eine Kiste hast, dann würde ich dir da die Sachen reichen. Wir brauchen auch noch mehr Fortschiffs. Ja, da arbeite ich gerade dran. Sehr gut, perfekt. Äh, Ari? Ja? Wo bist du? Hier oben? Au. Wo ist hier oben? Au, au. Achso, ich hab schon alles, was ich... Achso, wegen dem Heid, ne? Ja, ja, hier oben. Kisten. Kann ich's haben? Warte. Natürlich. Oh Gott. Kisten, Kisten. Ähm. Ich mach mal eine. Ach, sie. Haben wir noch Fleisch irgendwo? Äh, eigentlich ja. In den Lagerfeuern, glaube ich. Lagerfeuern? Ja. Lass mich durch. Wo macht man das Reign-Essen überhaupt? Lass mich hin. 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 Ach da. Ah, hier haben wir auch schon Mörser. Sehr gut. Lass mich hin. Lass mich hin. Lass mich hin. Lass mich hin. Hier ist kein Essen drin. Was? Nein. Nein. Warum nicht? War doch vorhin noch was drin. Weil das eine brennt und die, die Essen haben, brennen nicht mehr. Oh, Mist. So, wir brauchen mehr Metall. Ich hol mal noch ein bisschen was. Rohmetall und so, ne? Können wir eigentlich schon anziehen? Lankylo-Sattel machen? Bestimmt, oder? Also Shadow müsste den mindestens schon machen können. Ich kann den schon machen. Ich kann den schon machen. Ich brauche nur Metall und Leder. Und Farber. Ich brauche auch mehr Leder. Wir haben ein Leder-Problem. Ich meinte gerade noch irgendwo... Ja, genau. Ich habe, glaube ich, noch irgendwas gesehen gerade. Wow. Das, was an neuen Tieren gespawnt ist. Wartet mal. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Dodos. Agentaris. Ja, super. Damit habe ich die reduziert schon. Komisch. So. Ja, genau. Wir brauchen Heid. Ich nehme jetzt mal Charlie und gucke mal, ob ich irgendwo was kleines finde. Irgendein kleines Tier irgendwo. Sonst kannst du halt auch Flusssteine abbauen, so, ne? Für Heid? Ach, für Heid. Ich dachte für Metall. Ne, ne. Hat irgendjemand noch 5 Heid? Schafft der Raptor, der schafft doch bestimmt hier so eine Carbonemis. Ich probiere das jetzt mal. 5 Heid. Bitte bring's nicht um. Leider kann ich keine Fackel auf dem Raptor anmachen, irgendwie. Ähm. Bici, wo kann ich die, äh, Schmelzen hinstellen? Ähm. Stopp, stopp. Moment. Ja, er ist tot, nice. Erst mal irgendwo in die Kiste packen. Ah, ich hab nur 16 Leder gekriegt. Scheiße. Ja, weil das mit dem Raptor abgebaut ist, oder? Ja. Und Architekt sind frisch. Soll ich die einfach da reinpacken? Ist hier irgendwo mal was kleines irgendwie? Also die sind sogar schon benannt hier, für Material und so. So ein Leasaurus irgendwo. Nein, nein, ich bin gar nicht da. Lief vorhin einer weg. Wie viel Heid braucht ihr? 5. Hat jemand einen Pfeil übrig? Warte, ich habe... Ich habe... 368 Grad gefahren. Heid? Oh, sehr schön. Nice. Ein Agentar wird abgeschossen. Wo bist du denn? Komm grad zur Base zurück. Ah, da komm ich auch mal hin. Warte, spiel, spiel, komm mal hinter dir. Ja. Hinter mir? Komm mal, zurück hier. Komm mal. Ja, warte. Dann geb ich dir das Heid und du bringst es zurück. Genau. Pfeil übrig. Perfekt. Also ich habe jetzt zwei Schmelzen bei Ritzi oben in den Bank gepackt. Hm. Moment. Ich kann auch mehr machen, aber da brauche ich Heid. Ich habe Heid. Wo denn? Im Raptor. Hm. Heid, Heid, Heid. Soll ich das Ganze... Soll ich das Ganze jetzt für die Schmelzen verwerten? Ja, kannst du gerne machen. Ich werde jetzt... Den Rest werde ich für den Ankylosattel benutzen. Ja. Ich brauche ernsthaft noch mehr Leder? Scheiße. Das reicht nicht. Wie viel brauchst du denn? Ich brauche 250 oder so waren das jetzt. Oh. Ja gut. 260. Ich mach grad den nächsten Agentaren. Sehr gut. Ich komm in die andere Richtung wieder. Ne, du kannst ruhig mal herkommen. Ja mach ich ja. Mach ich ja. Ich komm ja. Okay, gut. Denn ich werde grad von zwei Agentaren verfolgt und wenn... Oh scheiße. Lauf. Lauf einfach. Ich hab halt keine Ausdauer mehr und... Boah. Ja. Ich mach die Ersatzzielscheibe jetzt. Wenn sie... Sie wollen mich irgendwie grad nicht. Ich kann sie nicht angreifen. Ja, einer ist tot. Ja, jetzt darf der andere den nicht fressen. Ja, ja. Ich fang an den abzubauen. Bau den schon ab, genau. Ich lock den anderen grad weg. Ich hab keine Ausdauer mehr. Egal. Durchziehen. Trotz Bewusstlosigkeit. Okay, ich hab ihn abgebaut. Nice. Wunderbar. Alter, was ist das für ein Level der andere hier? Hoch. Was ist das? Ich kann's nicht erkennen. Level hoch. Alter, ja. Ich merk das schon. 135. Ach du scheiße. Achtung, er kommt. Ja. Kann ihn nicht ablenken. Böwe, hast du noch den Raptor? Ja, hab ich noch. Er lebt auch noch, keine Sorge. Ähm, sonst würde ich halt fragen, ob ihn wiedergibts. Dann würde ich gucken, ob ich noch mehr finden kann. Ich bin gerade leicht beschäftigt. Ja, den haben wir gleich. Sehr gut. Ah, nicht abbauen. Ja, ja, ich hab's grad gesehen. Ich hab's grad gesehen. Hm. Hm. Okay, ich hab jetzt aber genug Heid, glaub ich. Warte, ja. Stopft mir trotzdem noch ein bisschen was rein. Das ist, ja. Sollte definitiv genug sein. Direkt die Ordnung verstanden. Hast du's reingestopft schon? Ja. Meinst du mich jetzt? Ja. Ja, weil ich das bei mir selber dann auch immer gemacht hab. Oh, ganz viele Dodos. Heid. Boris. Heid. Boris Heid. Das beste Heid von Boris. Ich pack dir hier nochmal die östlichen Schmelzen rein. Haha, hier, kannst du nen Raptor haben. Dankeschön. Hier mal gucken, ob ich noch was finde, okay? Dieses Ding hier immer, dass es immer welcome und goodbye sagt. Das, ach so, die Pimp my home Ding da ist. Ja. Welcome. Welcome. Mir fehlt jetzt echt zweimal Leder, das kann doch nicht wahr sein. Moment. Leder ist hier oben im Schrank bei Ritzen. Warte mal, Ari, im Raptor war noch Leder. Kannst du nochmal zurückkommen? Ja. Dann kann ich das noch schnell hier reinpacken. Sollen wir jetzt noch mal schmelzen? Ich würd gern auch schon für ne Juristen und Craften weiter nehmen. Ja, das wär auch nicht schlecht. Werde auch? So, wir haben jetzt nen Ankylosattel. Ja. Agent Havis vor der Tür? Äh, echt? Ja. Äh, ihr habt doch Bögen, oder? Oh. Sagen wir was nicht. Ich seh schon, Shadow ist der Sicherheitschef hier. Oh Gott, ne, das ist der Scheißjob, der ist an allem schuld am Ende. Ne, das ist ja der Computer-Experte, der an allem schuld ist. Hier! Oh, guck mal! A rare Glacius Aorus has been slain. Das heißt, das ist ne Rare Sighting, die schon da war, die schon getötet ist. Man sollte vielleicht dazu sagen, der Server lief ja gestern schon mal ein bisschen. Das heißt, da sind schon ein paar Rare Sightings wahrscheinlich gespawnt. Das heißt, die ist jetzt weg. Das heißt, jetzt kann ne neue wieder kommen. So ist es jetzt. Kann es nicht sein, dass der gespawnt ist und wir es nicht gesehen haben, weil wir kein Funkgerät haben? Ne, äh, die Spawn-Nachrichten kriegt jeder, auch wenn er kein Funkgerät hat. Ja. Dann. Das kann nicht sein. Okay, ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen noch gelevelt. Ich würde sowieso sagen, dass wir, sobald wir hier mal irgendwie ein Ziel haben, wir mal alle zusammen... Da ist ein Agent Havis vor der Tür. Ja, ich mach gern. Ähm, sobald wir mal ein Ziel haben, sollten wir alle mal eine Exkursion machen, damit hier neue Sachen spawnen in der Base. Ja. Das ist eine Idee. So, wo ist dein Agent Havis? Da, wo wir reingekommen sind. Was denn? Nein. Ich werde den an der Basis vermeiden haben. Ich werde den an der Basis vermeiden haben. Ich werde den an der Basis vermeiden. So, jetzt mach ich mal ein bisschen mit Tau. Soll ich mit dem Bastion so an der Wand fließen oder nicht? Äh, du kannst hinter ihm herlaufen und reinlaufen. Ich geh da drauf. Ich bleib schon mal das Zeug von den Kisten hoch in die Schränke. Ich kann mich ja hier um 360 Grad drehen, krass. Ja, ich hab auch leider keine Stimberries mehr, aber der hält dir so nicht viel aus. Das heißt, vielleicht musst du zwischendurch mal Akku unternehmen. So, ich hoffe, hier ist jetzt nichts Großes, Gefährliches. Okay. Oh, ich hab... Meine Spitzel ist gerade im Arsch. Okay. Ich hab... Ich bin jetzt nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt nicht mehr zum nächsten Mal. Okay. Ich bin jetzt über Simon. Ich bin jetzt mit der Minute.